Hi, willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. Wir sind am Flammengipfel angekommen. Letzte Folge. Und ja, jetzt drehen wir uns hier ein bisschen um. Da hinten sind schon riesige Gestalten. Sind das Eistrolle? Sieht ein bisschen so aus. Ja, es sind Trolle. Haben wir das gleiche Movement wie die Trolle? Ein bisschen agiler scheinen sie zu sein. Die haben was auf dem Rücken. Er hat 50% verloren. Er nimmt das Schwert aber nicht in die Hand. Doch, jetzt. Wahrscheinlich, weil er in der Animation noch drin war. So, boom. Ich habe 600 pro Heap gemacht. Ich habe gerade nicht drauf geachtet, wie viel Ruhm der gibt. Beim nächsten, den ich sehe, werde ich mal probieren, wie viel die Vampirflammen machen. Es sieht so ein bisschen nach Ice Yeti aus. Oh Gott, da oben ist noch eine. Ah ne, ihr mochtet kein Feuer. So war das, ne? Ich habe erst gedacht, die ist gegen Blitz anfällig. Aber, ne, stimmt. Die mochten kein Feuer. Also, wenn du mich in Ruhe lässt, lasse ich dich in Ruhe. Aber ich glaube nicht, dass du mich in Ruhe lässt. Oder? Okay, du verweist da oben. Hier hinten sieht was Interessantes aus. Hier wird bestimmt auch was sein. Was ist das für ein komischer Palast da hinten? Ah, okay, ist eine kleine. Ich mag diese Viecher überhaupt nicht. Also, überhaupt nicht. Das Gebäude da hinten hat meine Aufmerksamkeit erregt. Da werden wir uns straight hin bewegen. Die Ränder gucken wir uns natürlich auch alle an. Ja, es ist hier oben, ne? Ich habe auch die ganze Zeit ein bisschen Panik, dass hier diese imposanten Statuen sich doch als Feind entpuppen. Ist das eine große Hand? Ja. Aber du kannst in Flammen aufkleben. Ein Glück weiß ich jetzt mittlerweile, dass ihr feueranfällig seid. Ich kann mich noch in Haus Caria erinnern, wie die mir auf den Sack gegangen sind da. Das war nur keine schöne Zeit. Woher in Haus Caria sind die auch ein bisschen trickiger, weil die da im Boden versteckt sind und einen dann stark überraschen können. Was ist das hier? Kann man hier raus? Da ist wieder so ein Eisriese. Okay. Der kommt mir eigentlich ganz gelegen. Ich will ausprobieren... ... ... wie viel die Vampirflammen gegen den machen. Bei normaler Angriffe haben eben 600 gemacht. Was machen Vampirflammen? Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Eine Vampirklasse sind gleich vier Schwerthiefe. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst, wie viele Runden die geben. Die werden schon etwas mehr geben. Denke ich mal. Hier ist ein Friedhof, wo nichts liegt. Reicht mir vielleicht eine Falle erspart? Ich höre Handbewegungen. Unter mir? Der Troll wäre bestimmt runtergesprungen. Ich glaube, ich habe mir einen kleinen Hinterhalt erspart gerade. Apropos Hinterhalt. Na? Nicht mit mir. Ah, da ist einer eingegraben. Das war auch so ein Problem in Hauskaria. Da hast du die teilweise gesehen im Boden, aber ich hatte nichts, um das zu punishen. Also so ein Flächenzauber halt, ne? Blitz und schwarze Flamme haben dann nicht funktioniert. Weil dafür muss ein Gegner anvisiert haben. Das wäre interessant geworden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der... Dicke Troll von oben runtergekommen wäre. Und da sind dutzende Hände. Das sind auch die, die ich eben gesehen habe. Ja, weil es nicht so viel du willst, das gibt dem nichts, hey. Oh, Leute, die an der Wand habe ich ja gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich die da platt machen. So, dann können wir... Ah, nee, das ist da, wo ich schon mal war. Wollte gerade sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, uns einen kleinen Ausblick auf das, was da noch kommt, gönnen. Aber da war ich schon. Da unten. Kann man hier rauf? Kann man? Bringt mir das was? Wenn ich einen Tod haben möchte, ja. Okay. Da ist auch noch ein Item von dem Gegner. Okay, äh, ja. Dann nähern wir uns diesen Gebilde. Das fällt nicht runter. Ah! Jumpshade ist Todes. Handring montiert zum Horrorspiel. Ich habe den Gegner gerade nicht anvisiert. Das ist gerade nicht so toll. Okay. 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 Alter, was war das denn? Ey. Ein paar Mitarbeiter von Capcom sollten sich mal das hier angucken. Die Endring macht teilweise bessere Jumpskirts als Wrestling Evil. Wie das Gebäude aussieht, das gefällt mir nicht. Ich habe ein bisschen Bammel, dass das wieder so ein Kutschen-Scheiß ist. Also, wo diese komischen Streitwagen sind. Weil das Gebäude in den Atlas-Plateau sah genauso aus. Oh, dass der Fall war. Ah, die One-Shotten mich ja nicht mehr. Jedenfalls war das so in den Atlas-Plateau, wie das hier ist. Keine Ahnung. Okay, um das Gebäude herum ist sonst nichts weiter. Dann werfen wir hier einen Blick rein. Nein! Der Fallstuhl sieht genauso aus. Ich will nicht. Komm, ihr habt das schon zweimal recycelt. Ein drittes Mal muss nicht sein. Vielleicht male ich auch nur den Teufel an die Wand. Grab ist... Ja, natürlich. Es wird ein Kutschending sein. Ich werfe mal einen kleinen Blick rein. Wenn das so ein Kutschending ist, dann muss ich... Ja, vielleicht kein Kutschending. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn das ein Kutschending ist, muss ich meine Runen verwursten. Damit ich die nicht verliere. Okay, keine Falle. Flamme, beschütze mich. Interessant. Das wird wahrscheinlich Verteidigungswerte hochboosten. Erhöht die Feuerschadenresistenz deutlich. Ja. Also gegen Drachen ist das ein gutes Wunder, denke ich mal. Ich will keine Streitwagen hier sehen. Aber ich... Kann ich einen Blick hier reinwerfen? Diese Schienen verraten schon mal Böses. Und was ist das da? Nein! Okay, es sind nicht Streitwagen. Es sind diese scheiß Mietze Katzen. Ja, genau. Mietze Katze alleine reicht nicht. Ich kann die zurzeit nicht besiegen. Ich muss die in dieses scheiß Licht locken. Aber das ist nicht der Magier. Den Magier finde ich am schlimmsten von denen. Okay. Ich muss in das Licht da oben rein. Ist das gut funktioniert? Okay, ich bin hier schon mal drin. Ich hasse diese Bastarde. Willste... Jupp. Head period. Pei alle. Es wird nicht die letzte gewesen sein. Es ging unten auch lang. Die Frage, die ich mir stelle, wo möchte ich lang? Ich gehe erstmal unten hin. Aber, ähm, ja. Es gibt anscheinend keine Kutschen. Das gefällt mir schon mal. Aber es gibt Mietzekatzen. Das gefällt mir nicht. Ah, die sind schattiert. Ja, ja, ist gut. Komm hier rum hin. Einfach nur für eine Gräberlieie. Also der Dungeon wird mir ein bisschen aus Gemüt schlagen. Das sehe ich schon kommen. Wie hoch war die Schildabwehr von dem Feuer? Äh, die Feuerabwehr, der Schild ist 50. Okay. Da bin ich sicher. Da bin ich sicher. Leben an Limit. Leben an Limit. Ich habe geschlagen. Das ist ein Fahrstuhl, aber da komme ich nicht drauf. Ja, das ist ein Dungeon, der hart ist. Ich habe schon einen falschen Trank eben genommen, das nicht so cool ist. Da ist wieder einer dieser Orthos. Und wenn er diesen einen komischen Flammenspell macht, kann ich ihn nicht mehr unterbrechen, so wie es scheint. Da haben wir wieder was für Steinschwertschlüsse. Letzte Folge habe ich ein bisschen gemeckert, dass ich zu viele noch habe, aber hier kann man anscheinend viele einlösen. Das ist doch safe, eine Schalle. Ah. Das ist das Ding von oben eben gewesen. Okay. Dann brauche ich das nicht mehr weiter unter die Lupe nehmen. Was hat es mit diesem Ding eigentlich auf sich? Die habe ich schon mal in einem Kutschendungeon gesehen. Und dann habe ich irgendwas gemacht und die Kutschen waren dann nach weg. Ich weiß, was es damit aus sich hat. Wir lassen den hochfahren. Und dann ist da oben ein Lichtkreis. Wenn ich mir... Ja. 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 Okay, ich habe unbewusst runtergefahren. Aber es ist okay. Die Gegner sind weg. Es sei denn, hier sind noch mehr. Hör ein. Ich habe gerade keine Zeit, das zu aktivieren. Schädel irgendwas. Folgt er mir? Ja. Aber da hinten war glaube ich auch so was Lichtmäßiges. Fahrstuhl. Falle? Nein. Ja, okay. Wenn ich sterben sollte, kann ich hier einfach durchrennen, denke ich. Die Mieze Katze da am Anfang, da kann ich auch durchrennen. Das ist der einzig positive bisher. Fahrstuhlschalter. Wofür ist das hier gut? Öffnet das Tor. Aha. Okay, erstmal den Weg. Da ist ein Troll, der... Ich komme da nicht hoch, ne? Das wird später wahrscheinlich eine Abkürzung sein. Okay, für den Troll muss ich einen Lichtkreis finden. Hier ist keiner. Oder? Ich finde das halt ein bisschen verdächtig, dass das so eine runde Plattform da oben ist. Das da. Vielleicht kann man damit irgendwie was machen, wenn man den Troll darüber lockt. Okay. Passiert nix. Aber ist auch egal. Dann gehen wir einfach straight weiter. Oh, er ist schneller als erwartet. Ich kann mich nicht so wirklich umsehen. Da ist eine Tür. Kann ich die öffnen? Oder muss ich einen Mechanismus finden? Die wird sich öffnen, soweit der Troll besiegt es. Ich habe eine Vermutung. Ist gut. Das hat irgendwas hier mit zu tun. Ähm. Moment. Ist er eben nicht runtergefahren? Auch schon hochgefahren, meine ich? Oder verwechse ich das gerade? Ich glaube, ich verwechsel es, weil den Ort kommt mir bekannt vor. Okay, dann macht meine Theorie keinen Sinn. Einzige Möglichkeit ist jetzt noch. Dass wir da runter können. Mhm. Mhm. Interessant. Ich habe bloß nur noch zwei Tränke. Der Typ wird hart werden. Obwohl, Vampirflammen. Vampirflammen-Spam. Er ist ausgewichen. Scheiße. Und das auch wohl seiner Größe. Also jetzt zählst du sein, sobald ich ihn besiege, dass die Tür aufgeht. Jetzt sind wir sein Schwert und das ist sein Ende. Ja. Problem ist, wenn tatsächlich hinter der Tür ein Boss wartet, ich habe keine Ressourcen mehr. Es sei denn, das Spiel ist so gütig und gibt mir irgendwie einen Shortcut. Gütig und From Software. Das sind zwei Sachen, die absolut nicht zusammenpassen. Vielleicht krieg ich ein Marikasphal. Da ist auf jeden Fall die Boss-Tür. Ein Marikasphal. From Software. Ihr seid hier doch nicht so. Ja, okay. Das wäre wahrscheinlich in den Fail enden, weil ich noch ein Heiltrank und glaube ich, wie viel? Ja. Das nehmen wir. Um unseren Feuerschaden hochzutreiben. Und dann habe ich ein Heiltrank. Uralter Held von Samur. Uralter Held von Samur. Alter, du kannst ja gar nichts. Du kannst gar nichts. Tschüss. Ähm. Ja, den kannte man schon. Er gibt mir sein Set. Was war jetzt genau die Erhöhung der Schwierigkeit? Normalerweise tun sie random irgendwelche Gegner noch dazu klatschen oder die Fähigkeiten werden erweitert. Ähm. Ja, wahrscheinlich hatte der neue Fähigkeiten. Wir haben sie nicht gesehen, weil der vier Attacken abbekommen hat und tot war. Äh. Wir gucken uns mal seine Rüstung an. Äh. Samur. Bluthund, Rheinfäule. Da ist sie, ne? Samur-Rüstung. Ist sehr, sehr leicht. Gucken wir mal an, wie sieht die so aus? Ja. Aber, ne. Wir bleiben bei uns und seit, ne? Bei uns einen schnuckligen Schuppenrüstung. Ich mag die. Vor allem das Cape. Das finde ich super. Alles klar, Leute. Dann war das doch nicht, ähm, so eine Kutschengeschichte. Das freut mich schon mal sehr. Wir können mit Melina sprechen? Okay. Okay. Wir sind fast da. Die Flamme der Ruhe liegt gerade vor. Ich bin glücklich, dass es dich mit dir war, dass ich mitgebracht habe. Ich muss meine Dank an Torrent, auch. Danke. Danke, Torrent. Bitte weiter, deinen Hilfe zu geben. Bis zum Ende. Ja, was sollst du? Okay, ähm, jetzt bin ich gespannt, was bei Glaube passiert. Ich bin schon mal ein Softcap, ne? Ja, immer 1-1. Jetzt werden bloß auch die Aufrufungen gesoftcapped, ab 60. Ich denke, ich werde bis 70 und nicht bis 80 erstmal machen, weil ich habe diese Träne, die mich 8 Punkte gibt. Weil 80 ist das Hardcap. Vielleicht mache ich es 72, um das perfekt auszureizen. Und dann vielleicht noch ein bisschen in Geist und Kraft stecken. Wobei ich meinen FP und meinen LP am Mond finde ich zurzeit nicht ganz okay. Deswegen ist es ganz gut, dass wir alles in Angriff stecken können. Okay, ähm, ja. Haben wir hier oben schon uns angeguckt. Dann gucken wir uns nächstes Mal hier noch weiter um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vor allem für diesen geilen Bosskampf, den ich insane gewonnen habe. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.